UFOs, Torpedos und Submarine Patents. Wenn du wissen willst, was es damit auf sich hat, dann bleib dran. In diesem Video erkläre ich es dir. Starten wir mal mit den UFOs. Wir reden natürlich jetzt nicht über fliegende Kaffeetassen, fliegende Untertassen heißt es glaube ich, sondern über ein Patentphänomen. Aber man kann sich das sehr ähnlich vorstellen. Denn wie auch bei einem UFO, was einfach so plötzlich am Horizont auftaucht, ist es auch bei dieser Art Patente. Nämlich, die tauchen einfach so auf, ohne dass man sie auf dem Schirm hatte. Wie kann das jetzt passieren? Stell dir mal vor, du hast jetzt schon jahrelang an einer Technologie gearbeitet und bist jetzt bereit, in den Markt einzutreten. Du hast nach Patenten recherchiert, du fühlst dich da relativ sicher, alles ist gut. Aber kurz vor dem Markteintritt plötzlich siehst du ein Patent, was du vorher gar nicht kanntest. Und das ist ein sogenanntes UFO-Patent. Es taucht plötzlich auf und kann deine komplette Geschäftsstrategie durcheinander bringen. Konkretes Beispiel. Stell dir mal vor, du hast ein Unternehmen und entwickelst Displays für Smartphones. Und dann hast du recherchiert, du kennst alle relevanten Patente, alles scheint irgendwie safe zu sein. Und plötzlich vor dem Markteintritt, vor dem Launch deines Produktes, taucht ein Patent auf, was eine Beschichtung für Displays zeigt. Und zwar hat ein anderes Unternehmen vielleicht kurz vorher ein Patent genau darauf angemeldet. Und das Problem ist jetzt, dass du genau diese Technologie mit der Beschichtung bei dir, bei deinen Displays einsetzt. Und jetzt hast du ein Problem, weil jetzt kannst du dein Display nicht einfach auf den Markt bringen, sondern du musst dieses Patent natürlich beachten. Das heißt, du kannst jetzt entweder eine Lizenz nehmen oder du musst teuer umherentwickeln oder nochmal ganz neu anfangen zu denken. Und das ist natürlich teuer und kostet auch sehr, sehr viel Zeit. Das heißt, so UFO-Patente sind immer schwer abzuschätzen. Du weißt nicht, was da kommt, kann plötzlich auftauchen. Und dann ist das eine relativ kritische Situation, wenn du kurz vor dem Launch stehst. Das heißt, der Tipp an der Stelle, gerade wenn du in einem sehr dynamischen Markt bist mit deinem Unternehmen, mit deiner Technologie, dann reicht es nicht, einmal nach Patenten zu recherchieren und das war es dann, sondern auch immer wieder die Patentrecherche zu erneuern und zu gucken, was ist denn da noch, was ist in der Zwischenzeit gekommen, damit du nicht kurz vor dem Launch stand von etwas überrascht wirst, was du vorher einfach nicht auf dem Schirm hattest, was in deiner ersten Recherche nicht mit abgedeckt wurde. Okay, lass uns jetzt mal über U-Boot-Patente reden, beziehungsweise Submarine-Patents. Das ist ein Phänomen, was es eigentlich vor allen Dingen in den USA gab und es auch heute nicht mehr so in dem Sinne gibt. Aber früher war es möglich, Submarine-Patents zu haben. Und wie hat das funktioniert? Also wie ein U-Boot schwamm quasi das Patent unter der Wasseroberfläche, sodass es niemand gesehen hat und ab einem bestimmten Zeitpunkt ist es dann rausgekommen und hat für ziemlich viel Ärger gesorgt. Man kann sich das so vorstellen, dass die Patentinhaber, die ein Submarine-Patent hatten, versucht haben, auf drei Wegen das Ganze hinaus zu zögern, dass das Ganze veröffentlicht wird. Also drei verschiedene Faktoren waren dafür wichtig und da waren noch die alten Regularien im Spiel, die damals in Amerika geltend waren, vor dem America Inventors Act 2013. Da gab es Regulierungen, die das alles gefördert haben. Das Erste war, dass ein Patent nicht veröffentlicht werden musste, auch wenn es erteilt war. Das hat es schon mal um einiges schwieriger gemacht, solche Patente zu finden. Das Zweite ist, dass es verschiedene Möglichkeiten gab, diesen ganzen Prozess zu verlängern. Also indem man zum Beispiel mit dem Patentamt so lange hin und her gemacht hat, mit verschiedenen Finessen und Tricks, dass sich das Erteilungsverfahren sehr, sehr lange hingezogen hat. Also insofern konnte man da auch über Jahre das Ganze sich hinziehen lassen. Und das Dritte war, dass die Patentlaufzeit, die 20 Jahre, die man so kennt für eine maximale Laufzeit eines Patents, die fangen normalerweise heutzutage an, ab dem Anmeldetag. Aber damals war es so, dass diese 20 Jahre Laufzeit erst ab dem Erteilungsdatum liefen. Insofern hatte man dann ja noch viel, viel länger Zeit, auch das Patent auszuspielen und da Patentverletzungen geltend zu machen. Und insofern gab es da einige Möglichkeiten, wegen dieser Regularien, die es damals gab, um ein Patent sehr lange unter der Oberfläche zu halten und dann es irgendwann veröffentlichen zu lassen. Und dann war es natürlich plötzlich da für alle anderen und alle anderen haben eigentlich nicht damit gerechnet. Und ich will dir jetzt mal den mehr oder weniger berühmtesten Fall eines Submarine Patents erzählen. Und zwar von Jerome Lemelson. Jerome Lemelson, der wurde bekannt durch verschiedenste Submarine Patents, aber das bekannteste ist wahrscheinlich das auf seine Barcodes. Und zwar hatte er diese Technologie relativ früh schon angemeldet, als das noch gar kein Thema war und es überhaupt nicht bekannt war und auch noch gar nicht wirklich möglich war, das auch wirklich in die Anwendung zu bringen. Aber mit der Zeit haben viele Unternehmen dann diesen Standard-Aid pabliert oder haben das zum Standard gemacht und dieses Barcode-Scannen, das wurde halt überall eingesetzt. Und irgendwann in den 1980er, 1990er Jahren hat er dann quasi seine Submarine Patents oder sein Submarine Patent an die Oberfläche kommen lassen. Die waren natürlich auf das Barcode-System, auf das Barcode-Scannen ausgerichtet. Und somit hatten dann alle Unternehmen, die dieses Verfahren schon etabliert hatten, ein Problem, weil jetzt mussten sie Lizenzgebühren zahlen. Der Jerome Lemelson ist dadurch sehr, sehr reich geworden. Und das hat auch ausgelöst, dass sehr, sehr viele Leute darüber sehr kritisch berichtet haben und über diesen Zustand diskutiert haben, bis dann halt auch im America's Inventors Act 2013 das Ganze geändert wurde. Also Submarine Patents geben so heute nicht mehr, jedenfalls nicht so in der Masse. Und insofern ist das etwas, was früher möglich war, aber heute nicht mehr existiert. Aber trotzdem sehr interessant zu wissen, dass es das mal gab. Jetzt möchte ich noch erzählen, was ein Patent-Torpedo ist. Und zwar ist es eine Möglichkeit, eine Strategie, um den juristischen Prozess zu manipulieren. Stell dir vor, du hast in Deutschland eine Patentverletzungsklage eingereicht. Also du bist Patentinhaber und jemand anders verletzt dein Patent, bestellt ein Produkt her, was unter dein Patent fällt und du verklagst ihn jetzt, damit er dir Schadensersatz zahlt. Was macht jetzt der Beklagte, also der mutmaßliche Patentverletzer? Der mutmaßliche Patentverletzer zündet jetzt einen sogenannten Torpedo. Er geht in ein Land, wo die Gerichte bekanntermaßen sehr langsam arbeiten und reicht dort eine negative Feststellungsklage ein. Eine negative Feststellungsklage hat das Ziel für den Patentverletzer, für den mutmaßlichen Patentverletzer, feststellen zu lassen, dass keine Patentverletzung vorliegt. In den meisten Fällen ist es dann so, dass in Deutschland das Verfahren ausgesetzt wird. Das heißt, die deutschen Gerichte warten, bis das ausländische Gericht entschieden hat und erst dann wird das deutsche Verfahren weitergeführt. Und das Ganze verzögert natürlich letztendlich die Entscheidung, die in Deutschland stattfinden kann, das Urteil, was irgendwann kommt. Und das bedeutet natürlich sehr viel Unsicherheit auch in dieser Zeit. Und was drängt im Prinzip den Patent hin, aber dann auch vielleicht dazu, endlich das Ganze vom Tisch haben zu wollen und sich auch eher auf einen Vergleich einzulassen, also auf eine Beilegung des Streits, sage ich mal. Die bekanntesten Torpedo-Länder sind Italien und Belgien. Da arbeiten die Gerichte halt bekanntermaßen sehr langsam. Das heißt, stell dir vor, zum Beispiel halt Deutschland, da ist die Patentverletzungsklage eingereicht, dann geht der mutmaßliche Patentverletzer nach Italien und reicht dort eine Klage auf negative Feststellung ein, also negative Feststellungsklage. Und dadurch sitzt das deutsche Gericht dann die Klage aus, also die bearbeiten es einfach nicht weiter und warten halt die ganzen Jahre ab, bis die in Italien fertig sind mit ihrem Urteil und erst dann setzen sie sich wieder weiter in Bewegung. Das heißt, das zieht sich hin wie ein Kaugummi und ist einfach eine sehr unbefriedigende Situation natürlich für den Patentinhaber. Und so kann der mutmaßliche Patentverletzer das Ganze schön in die Länge ziehen und hat Druck aufgebaut gegenüber dem Patentinhaber. Das ist also ein Patent-Torpedo. UFO, Submarine, Patent und Torpedo. Jetzt hast du zu diesen drei Begriffen mal was gehört, hast erfahren, was dahinter steckt. Und du siehst jetzt auch schon, es gibt so richtig schöne Feinheiten und strategische Überlegungen, die man anstellen kann natürlich von beiden Seiten, Patentinhaber auch, aber auch Wettbewerber, wie man Sachen aufziehen kann. Es gibt immer noch so Sachen, die vielleicht fies von außen aussehen, aber die rechtlich in Ordnung sind und wogegen man schlecht was machen kann. Also insofern das immerhin im Hinterkopfverhalten, dass es sowas halt gibt. Und jetzt hast du da einen kleinen Einblick drin bekommen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Like es gerne. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Empfehle es weiter. Folge mir. Darüber freue ich mich auch. Bis bald.